so seine freunde mitgebracht ich habe meine 38er mitgebracht haha so nichts wie weg hier in schwarz jettel werde juli ja 18 20 uhr 40 ja verbandskasten ja komm schlack drauf ach lass es halt ja ich sehe auch schon was um das feuer auszuputten hoppla ja manche türen kann auch einfach normal aufmachen man muss ja nicht alles eintreten und kaputt machen so ich könnte es unten 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 ein verdammtes verdammtes Wasser aber ich muss meine Freunde finden meine Familie das Feuer sollte jetzt raus fisch und knusprig wuuu ein schönes hotel direkt mal einchecken Und tschüss Ach, Kopf ist schon ab Auch gut Das Spiel ist echt hardcore Manchen Stellen Ganze Zombie-Horn Soll ja später noch viel schlimmer werden Das ist ja alles noch hier Harmlos Hotel So Kommt schon Hier rüber Tja Oh Da war was Na, komm Munition Oder was hast du dabei? Ein Schuss Das war wahrscheinlich der letzte Gnadenschuss Den er sich geben wollte Wollte Wohlgemerkt Oder hat er sich den schon gegeben? Hat er noch eine Gruppe übrig? Werden das nie erfahren Komm jetzt Oh Freaks Looks like somebody had a hard time with the end of the world Everybody reacts to fear differently Komm schon Achso So Oh Heli Hallo Hier unten Das ist der Helikopter, die meine Freunde schießt Das ist der Helikopter, die meine Freunde schießt Das ist der Helikopter, die meine Freunde schießt Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, ne? Hui 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 Also ich muss ja sagen, ich bin kein Fan von Jump'n'Run-Einlagen hier mit diesen Hüpfen hier Das geht bei mir meistens schief, deswegen bin ich überrascht, dass das so gut funktioniert gerade Das ist eigentlich eher das Gegenteil, da müssen wir was machen Huch Komm schon Ja, sag ich doch Oho, Randall Was denn du? Sprich doch mal da hoch, du Komm schon, komm schon Ah Ja Oh Komm mal her, ich hab was schönes, leckeres für euch Ja Tja Oh Hey Mal Bescheid sagen können, dass der Stroh wieder angeht Mann, 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 Mann Komm Oh Aufgeknöpfte Leute Tod Zombies Überlebende Oh, hallo Du auch Bist du die Freundin? Da Stirb Mann, hältst du aber viel aus Ach Ja, komm Ach 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 Ja, würde ich auch gerne mal wissen Hallo, wo bin ich? Ach 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 Charlie, Delta, Oscar Ach 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 Hey, be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. I... No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The save point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women, children, my family. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that save point. Sam had to die. Sam had, you know, less luck. That's I've got it with Sam. Nachricht von Sam So schnell hoch, bevor meine Freunde reinkommen Was gibt es hier schönes? Bist du für einer? Die Zombie-Akalypse ist so lustig Hehehehe Hehehehe Ich krieg mich kaum ein Verlachen Hehehehe Hehehehe Ich nehme erst mein Video auf und sende das dann an allen Überlebenden Hehehehe Ja Äh 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 Hallo, schnell Schnell, schnell Oh Oh Ach, guck mal da So eine hübsche Hübsche Tante hier Äh, bleib doch hier, ich will doch nur ein bisschen kuscheln Äh Nein 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 Achja, ich muss gleich deine Freunde holen, nur weil ich ihr eine Opfer gegeben habe oder was Und tschüss, ich muss weiter Keine Zeit Eure Swinger Club Spielchen So Ah, wir haben ja schon wieder das scheiß Wetter hier Mann, Mann, Mann Ja Los, Randal Lauf Das schaffen wir doch mit Links Lauf 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 Also für sein Alter ist er noch ganz schön agil und fit für Randal Schiger Athlet hier Was wollt ihr denn alle von mir? Lauf Schöner Schöner Nichts wie es dem Schluss geht Oh nein, der Hand aus der Unterwelt hat uns ergriffen Ja!